Die Woche ist ja das Altersheim. Der Karje ist auch schon schön im Altersheim innen gewesen. Ich habe den Blitz auch innen gehört und auch jubelt. Aber... Da ist der Karje auch mal zu sein gekommen. Wir können ja heiraten. Er sieht jetzt noch nie die heiraten. Jetzt nehmen sie ihn hier unten. Ihr wisst ja so, wer eine heiraten wäre. Dann schaut er uns mit den Tagen so rum im Speisssaal. Dann sieht er die Rosi dahin. Dann kommt er und denkt dann, Können wir die Rosi fragen? Er ist jetzt auch nie die heiraten. Er ist jetzt zu ihr unten. Er sagt zu ihr, Er sei jetzt einfach nie die heiraten. Jetzt nehmen sie ihm da unten, bis sich das so wäre, wenn man die heiraten wäre. Er bezieht ihm nicht die heiraten. Dann sagt die Rosi mal, die heiraten ist schon. Am anderen Morgen hat der Karje wieder nicht mehr gewusst. Hat jetzt gestern die Rosi ja gesagt? Oder hat sie nein gesagt? Dann rufen sie zu ihr. 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 Ich habe dich doch gestern gefragt. Du mein Chirat. Jetzt weiss ich wieder nicht mehr. Hast du ja gesagt? Oder hast du nein gesagt? Dann sagt sie zu ihr. Es ist recht. Die Leute ist nur eine Scham. Ich habe ja gesagt. Aber es ist recht. Die Leute ist nur eine Scham.